Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Es ging einmal mehr auf eine Extra-Tour in die Rhön und nachdem ich die Extra-Tour Kreuzberg-Tour gelaufen bin, haben wir uns dieses Mal überlegt, wir könnten wieder die Wanderschuhe schmüren und die Wahl der Extra-Tour fiel uns nicht leicht. Doch wir haben uns entschieden und zwar für die Extra-Tour Waldfenster. Die Tour startete an der Feuerwehr in den Waldfenster und führte uns durch einsame Wälder und über Wege mit tollen Aussichten zum Highlighter-Tour, die Platzerkuppel. Bei der Extra-Tour-Kuppel ging es ja auch einmal über die Platzerkuppel, jedoch konnte man aufgrund des Nebels die Aussicht nicht genießen. Sehr gespannt, welche Eindrücke wir auf den 11,7 Kilometern sammeln durften. Aufgrund des schmelzenden Schnees gab es auf der Wanderung auch den ein oder anderen kleinen Bachlauf auf den Wegen. und es schlägt den Nein von den Wegen, Auf der Platzerkruppe angekommen durften wir nicht nur das Gipfelkreuz begutachten, sondern auch eine herrliche Aussicht genießen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Kurz vor Waldfenster finden duftige Wanderer auch noch kühle Getränke direkt neben einer Schutzhütte. Das entsprechende Komod-Highlight verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Weitere Extra-Touren habe ich dir in der Playlist verlinkt und wenn du auch zukünftig keine Extra-Touren verpassen möchtest, abonniere auch gerne meinen Kanal, ich würde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal.